Wie schlägt dein Herz eigentlich noch für eine FC? Du hast ja auch lange für eine FC gespielt. Ja, also einmal FC, immer FC. Du warst Verteidiger, ne? Ich war Verteidiger, ja. Wirst du den Modest stoppen können? Zu meiner besten Zeit hätte ich gute Chancen gehabt, ihn zu stoppen. Früher konnte man schon mal das eine oder andere Iggelige mit einbauen und das würde auffielen. Was Fouls und so anging, war es früher schon einfacher. Das sagt der Verteidiger. Ja, also das Schöne am Fußball früher war, es war mit den Fouls einfacher. Ja, das war schon.